Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen wieder zu einer Runde neuen Runde ohne DeskCraft Kann mich jemand hochziehen? Nö Das fängt ja super an heute Hochelfen Ach wie geil hier, das ist ja geil Ich wundert's, dass du keinen Behindertenauswalt hast Boah wie nachtragen Okay, Sari, Sari Du wolltest doch noch ne Geschichte erzählen von irgendeinem Mädel Ja, aber der zähl ich im Safe Room Was? Nein, da kommen wir nie hin, da kommen wir nie an im Safe Room Doch, doch, in der nächsten Folge Jetzt zählt der Ah, incoming! Was? Du musst mich jetzt konzentrieren hier Alter, Alter! Alter, was ist da? Das ist so krass hier Ach, hier ist ein Spawner Nein, Smoky, Smoker, Smoker So, Smokersack Oh, was sind das hier? Ein Spawner Mini-Zombie im K-Pick Ja, das ist ein Spawner aus Minecraft Ach du Scheiße! Ach, so witzig! Bist du angekotzt? Ja! Ich heil mich mal Oh! Ey Leute, ich mach hin! Ja, ja, ich bin da Ich bin in dieser Minecraft mega schlecht, ey Witch, Witch, Witch Midi-Pack Taschenlampe aus Hier ist irgendwo eine Witch Ach, cool! Ach, fuck! Da bin ich jetzt, bin ich mal gespannt, was das ist Halt, 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 stopp! Nicht weiterlaufen, Sarasa! Nicht weiterlaufen! Das ist ein Huhn! Das ist ihr Witch! Echt? Was? Ich wollte doch wetten, ich wollte doch wetten, was die Witch ist Oh, wo? In der Nische? Ja, da steht hier so Alter! Alter! Aber warte mal! Da müsst ihr jetzt eigentlich mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn die auf einen drauf läuft Das verfolgt uns überall Das verfolgt uns überall Soll ich die machen? Soll ich die mal? Ja, mach mal die! Komm zu uns! Was? Schieß sie an! Oh, Sarasa, Alter! Wie saßt du die mit? Ach was, Alter! Ja, Sarasa wurde von nem Hut fertig gemacht! Das evil chicken, das gibt's ja gar nicht! Ach ja! Ach ja! Saugeil! Also, damit hätte ich's nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen! Nein, Boomer! Uh! Uh! Ich hab übrigens immer noch meinen coolen Kürbishelm auf! Ja, wir wissen immer noch nicht genau, was das ist! Was hat denn man denn in dem letzten Slot von Left 4 Dead? Die Spritze oder was? Vielleicht ist das doch was Neues! Ich mein, das Brot ist ja auch neu! Nee, das Brot ist nicht neu, das ist einfach die Filmen sind das Brot! Nee, nee, das Brot isst dir direkt bis 5 Leben mehr! Filmen gibt's ja so! Filmen gibt's so und Adrenalin gibt's auch so! Meinst du echt, das würde mich wundern! Mich wundern! Boomer! Boomer! Lahine um, Duke fan года! Wo, wie krass sieht das denn hier aus! Es regnet in die Lava! Ach du Scheiße! Scheiße, Scheiße! Scheiße Scheiße! Boi, das ist ein geiler Schwert! Alter, ich hab'n mega Flammenschwert Echt, du hast das Katana bekommen wahrscheinlich Ich muss mich grad mal heilen Alter, wie Hammer Guck mal hier Bei mir sieht's wahrscheinlich nicht so geil aus wie bei dir Oh nein, ey, schubst mich doch nicht hier runter, Mann Hab ich doch nicht Da oben ist ein Portal, wie geil Hätte der mich beinahe runtergeschippt, der Rumpi Geschippst Geschissen Der alte Nazi hier Alter, ich seh' hier gar nichts Jetzt seh' ich, oder müssen wir's Ja, musst du nicht da machen Ey, geil Wir mit dem Schwert durchslashen, ist Hammer fett Ja, vor allen Dingen immer ins Fadenkreuz laufen, ist Hammer fett Boah, Alter, wie viele sind denn hier Incoming Das geht aber richtig los Hat irgendjemand ne Pein? Ich hab mal meinen tollen Helm Alter, ich seh' nur noch Das Lego-Plötzchen überall Oh nein Charter Ich bin Conan, der Barbar Aber echt ey Ey, nimm mir nicht alles Ey, Kuh-Huma-Kotze Vorsicht Boomer, aah Ich hab nur noch Nahkampfwaffe Scheiße Hier ist ein Schalter Hier sind noch Fernkampfwaffen Ach, hier ist Redstone und ein Schalter Das ist ja geil Muss man den Redstone verlegen Ich kann das aufnehmen Warte mal Ah, Munition Das ist bestimmt ein Event, das wir jetzt auslösen Ich renne mich mal mit dem Schwert in die Tür Oh, ich hab TNT Warte mal, Craft TNT to Blow Up the Wall Okay, pass auf Warte, warte, lass mich mal Oh, krass Ich hab Boomer-Kotze auch parat Vorsicht, Spitter, Spitter, Spitter Ja, ist schon tot Ich, ich spreng mal die Wand gerade, wenn das jetzt geht Ja, bitte Hallo? Oh, jetzt weg, weg, weg von der Wand, weg, weg, weg Zoe! Zoe! Oh, voll die epische Explosion Hinter uns Hinter uns auch Das ist nicht so knapp Wuhu Ey, Lander Das kann nur eingeben Oh, hier liegt Munition übrigens, weil ich noch nicht bekommen hab Boah, jetzt ruckelt das hier ganz gut Alter Ja Die sind alle aufgegangen Bei mir ruckelt das gar nicht Doch, doch ein bisschen Bei mir ruckelt das null Wobei, mir laufen die ganzen Zombies so ein bisschen Ja, das stimmt, so wackelig Als hätten die Zombies flag Vielleicht, vielleicht hat nur Zombies einen schlechten Connect Aua, 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 Vorsicht Nein, ich liege Das sind einfach viele Zombies Danke Zoe mit dem viereckigen Schädel Boah, alt Alter Was ist denn jetzt dieses Scheiß Ding hier? Ich will das mal wissen Jetzt hab ich das auch Das hab ich gerade, das hab ich gerade fallen lassen Hä, jetzt haben wir die Wand aufge- aufge- explodiert? Ne, was? Doch Aufge- explodiert Ihr habt euch Munition mitgenommen hoffentlich, ne? Ja, hab ich Und ich hab die Marchette Die Marchette ist unbezwingbar Ich glaub ich lauf falsch gerade Glory, glory, glory for the Marchette De-de-de-de-de-de-deer-de-de-de-dee Ne, hier ist eine Sackgasse, weil ich die längeren hab. Nein, 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 stimmt gar nicht, dass es an der Sackgasse ist. Hier geht's weiter. Der rumplatt doch. Oh, ich hab noch zwei Leben. Tod. Diege. Ah, dann hab ich doch gewonnen. Ich hab nämlich nur noch vier. Halt durch, Leute! Wir haben's fast geschafft! So, hol dir mal den anderen nicht und mach mal hier die Zombies weg. Ich bin grau. Rumpel, ich werd dir sehr verwunden, wenn du deine Medikip nimmst und mir deine Killen gibst. Äh, ich hab keinen Medikip. Doch, du hast da so ne Killen, das ist kein Medikip? Ne, das ist kein Medikip. Achso, okay, schade. Das, was ich hier hab, das ist irgendwie entweder ne Pipebomb oder ne Boomer-Kotze. Ich muss mir den Schem zurückhalten. Ich hör schon wieder ein... Warte mal! Hier ist doch ein Medikip. Oh, hier ist ne Pickaxe. Was das wohl ist? Ob man mit der hier durchboxen muss irgendwo, mit der, mit der Spitzhacke? So, ich mach wieder Highlander hier. Alter, Alter, Sarazar. Highlander. Highlander, Highlander. Läuft voll ins Fahnenkreuz. Highlander, Highlander. Das kann mal eingeben, Heider. Das kann mal eingeben. Tank! Ich hab 4! Ich hab 4 Energie! Mach den Highlander, Sarazar. Los! Ich weiß nicht was das ist, aber ich werbs mal. Ach wie geil, Iron Golem ist der Tank. Ah, wer hat jetzt irgendwas geworfen? Ja, ich hab was geworfen. Ich weiß aber nicht was das ist. Äh, Feuer! Feuer? Geil! Dann brennt der Tank wenigstens. Ja, du brennst, verbrennst mich gerade nieder auf. Oh. Ja, das tut mir furchtbar leid, aber der Tank ist hier. Tank is down! Und der Tank is down! Yeah! Super, super. Ich geh zu Sarazar, du machst die Zoe. Alles da. Komm, Zoe. Ich hab mit meiner Highlander Action verkackt. Komm schon, Faulpelz, du könntest ja nicht lieben bleiben. Ist auch so geil. War alles extra natürlich. Ich höre einen Jockey. Ja. Ach du Scheiß, Alter, was für ne geile Map das bitte ist. Hier, guck mal, was ist das denn hier? Warte mal, hier hinten gehts noch irgendwo weiter. Ja, hier gehts noch weiter. Ah, juhu. Seid ihr bereit? Warte, warte, warte. Hallo? Hier gehts noch weiter, ihr habt den ganzen Raum ausgelassen. Ja, ihr auch. Und hier sind... Ne, aber wir müssen ja hier weiter, wo ihr seid, da ist ein Boomer. Retract the Piston to create Obsidian. Ich bräuchte mal irgendwie Heilung oder sowas. Ach wie geil, Obsidian hergestellt und jetzt können wir hier rüber gehen. Nein, Spinner! Ich hab keine Muni mehr, ich hab keine Muni mehr. Leute, hier sind, hier sind die richtigen Watten. Ich find die taktische Shotgun, yeah. Vorsicht! Vorsicht! Oh, jetzt lieg ich. Dammit. Komm, du bist der Einzige. Ja, aber es sieht nicht gut aus. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin genau hier, wo ihr liegt. Aber ich muss nachladen. Bei der Map, bei der Map kannst du echt keinen Highlander-Sperienzen oder sowas. Ne, kannst du auch nicht. Aaaaah. Versuch mal einen von uns wiederzuholen. Nein, nein, nein. Smoker, 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 Smoker. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. So, ich versuch jetzt mal ganz kurz, verbündeter. Irgendeine Verbruch. Ihr müsst die wegballern, ihr müsst die wegballern. Ja, wir sind dabei. Das ist Rui wieder geholt. So. Rui rettet mich, das ist ganz gut. Okay, ich rette ja auch grad den Rumpel, glaub ich. Boah, jetzt. Der Effekt. Oh, ich bin grau wieder. Oh, oh. Ich bin das zweite Mal. Ich muss mir mal grade heilen. Ich brauche dringend einen Arzt. Ich weiß gar nicht, warum ich das Hellskid noch habe. Also, ich hab jetzt das Rifle auf jeden Fall hier. Aktiv, grade. Ich die M16. Ich glaub ich... So, wir müssen hier was Obsidian, genau. Warte mal, was ist denn das hier? Granate? Vorsicht, Hande, Hande, Hande! Boah, man sieht es überhaupt nicht, was hier was ist. Aber ich hab... Hier muss doch langsam mal der Safe-Room kommen. Vorsicht, mich jetzt bloß nicht mehr treffen. Ich hab nur noch wenig Leben drauf. Ja, ich schieße extra schlicht mit der Shotgun durch die Gegend. Das ist schon, aber so wichtig. Oh, Zoe ist auch im Arsch. Folge dem Rumpel einfach. Charter, Charter, Charter! Bücke, bin gebückt, bin gebückt. Einfach rein. Vorsicht, da ist ein Spinner. Ja, ich seh ihn. Oh, da ist ein... Hier, was sind wir noch mal hier? Ach, ich komme übrigens von der anderen Seite. Sehr gut. Wir treffen jetzt wieder auf den anderen, soweit ich euch ein Spitchen durch kann. Hallo, Freunde! Oh, zwölf Leben. Zwölf Leben, was? Munition, was? Munition, was? Munition, was? Das heißt... Äh, meine Taschenlampe... Ne, doch nicht. Hab ich auch... Oh, nicht schon wieder eine Witch! Was? Wo? Oh, nein. Alter, wir müssen auch nicht etwa... Ich werd die Versuchen, um mir mit der Shotgun wegzumachen. Nein, ich warte. Das nicht von – aus – Das geht aber eh. Das geht erstmal mit. Weiß vom Knatschen. Uuuhuuuhuhuhuh. Ja, Freunde! Wer săra! Ne, Vorsicht! Vorsicht– Vorsicht! Vorsicht! nicht weiterlaufen. Oh nein. Sarathas ist tot. Du bist tot? Ja, habe ich doch gesagt. Ich bin ja grau gewesen die ganze Zeit. Die ist irgendwo hier. Die ist irgendwo da drin. Ich sehe die bloß nicht da drin. Lass uns einfach vorbeilaufen an der Witch. Ich muss sagen, tot kann man super zeigen, was abgeht so, wenn man dann die anderen beobachtet. Kann man so durchklippen. Hier der Gomp der alte Wasserkopf. So, ich spiele momentan ein bisschen mehr auf Sicherheit. Oh, Zoe wird von hinten her. Hinten im Smoker, Zoe. Oh, danke dir. Alter, ich habe hier lauter Zoppels. So ist dauernd. So ist auch tot. Nein. Oh nein, Rumpel liegt. Alter, incoming. Incoming aber von so vielen. So, entschuldige Rumpel. Ich musste aufräumen. Ich muss noch 100. Ich habe 100 noch. Der muss jetzt mal schnell machen. 40. Oh, ich bin schnell. So. Geh weg da, geh weg da. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich schaff das, ich schaff das. Nein, 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 nein. Nein, du musst weg, du musst weg. Oh, ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Ich seh nichts. Boomer. Fuck. Spin, spin. Scheiße, das war's. Oh mein Gott. Alter. Was für eine gnadenlose Map das bitte ist. Aber hallo, aber hallo. Die ganze Kampagne ist so. Es ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen deshalb gnadenlos, weil du einfach nicht erkennst, was was ist. Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Boah, ist schon geil. Ach du Scheiße. Da habe ich meinen Ex-Kalimur verloren. So, ich würde sagen, wir probieren es morgen nochmal, ne? Übermorgen. Ja, würde ich auch sagen. Aber jetzt ist noch eine Geschichte fällig. Ah ja. Theoretisch, ja. Also es gibt so eine Geschichte, die ist aber auch so ein Mythos, ne? Dass so die Freundin von einer Freundin der Freundin des Freundes passiert, ne? Ja, ja, ja. Also deine Mutter, ja? Und zwar, ne, der wirklich nicht. Der wirklich nicht. Und zwar ist das so ein Mädel, das hat so ein Typ kennengelernt, das kannst du natürlich genauso gut auch auf dem Typen ummünzen. Ja. Und zwar hat ein Typ kennengelernt, gerade frisch, super nett alles, haben die Nacht zusammen verbracht, alles cool. Der Typ musste am nächsten Morgen arbeiten und das Mädchen ist dann da geschlafen und hatte frei und konnte dann da den Morgen verbringen. Ja. Ach, ich glaube, die kenne ich auch schon die Geschichte. Groß auf Toilette musste sie machen. Ja. Leider jedoch war das Klo verstopft, beziehungsweise der Abfluss ging nicht. Ja, ja, ja. Und da ihr das so mega peinlich war, da einfach eine Kackwurst drinnen zu lassen, ne? Hat sie das mit einer Tüte rausgeholt, ja? Die Tüte dann zusammengebündelt und das erstmal auf den Küchentisch gestellt. Und wegen irgendeinem Grund wurde dann der Tür geklingelt, dann hat sie aufgemacht und hat irgendwas angenommen, Paket für ihn oder so. Ja. Ja. Und dann ist ihr die Tür zugefallen. Oh. Ne, sie ist gegangen und hat das einfach vergessen. So ist doch die Geschichte. Ne, also ich kenne die Geschichte so, dass ihr die Tür zugefallen ist und dann die Wurst mit der Tüte mitten auf dem Küchentisch stand. Wen bei dir. Und dann ist sie gegangen und der Tür stand dann nach Hause. Ist das nicht so, dass das auf einmal irgendwo bei Sex in the City tatsächlich verarbeitet worden ist, die Geschichte? Kann sein. Also das sind ja diese Mythos-Geschichten wie die Nutella-Story auch. Ist auf jeden Fall eine. Die gibt's natürlich in verschiedensten Versionen. Das ist ja die Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Mund-zu-Mund-Propaganda mit der Kackwurst. Toll. Wirklich toll. Ja, ist ja stille Post. Stille Post. Große stille Post. Ich hab mir das Medi-Kit hier nochmal gekreilt. Ja, wie immer. Wie beim letzten Mal auch. So, na gut. Drauf geschissen, sag ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.